Krass, das wusste ich noch nicht. Die nächste Flagge für unsere Weltkarte ist heute dran. Hier mal ein paar Fakten für euch, vielleicht kommt ihr ja drauf. Also erstens, das Land ist offiziell ein Königreich. Zweitens, ein sehr beliebtes, großes Möbelhaus kommt aus diesem Land. Drittens, der Superheld Batman heißt in der Sprache dieses Landes Lederlappen. So, jetzt kommen wir erstmal zum entstandenen Farbton. Was denkt ihr, welcher Farbton entstanden ist? Für die Flagge dieses Landes haben wir die Farben Blau und Gelb benutzt. Wenn du weißt, welcher Farbton rauskommt, schreib es in die Kommentare. Der entstandene Farbton ist RAL 5018 türkisblau. Nun malen wir das passende Land mit dem entstandenen Farbton aus. Nach meinen drei Hinweisen solltet ihr jetzt wissen, welches Land es ist und den Namen in die Kommentare schreiben. Außerdem könnt ihr in den Kommentaren entscheiden, welche Flagge wir als nächstes mischen sollen. Unsere Weltkarte ist schon fast fertig. Was haltet ihr von dem Projekt? Lasst ein Like und ein Abo da, damit wir weiter motiviert bleiben. Was sollen wir als nächstes mischen?